Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Happy Wheels. Nun, ich habe mir vorher die Kommentare beim Let's Fragen durchgelesen und da hat mir jemand gesagt, dass ich zu lange Pausen dazwischen mache und dass ich nicht immer Exit to Menu sagen soll. Und das werde ich jetzt auch machen, weil er hat recht irgendwie. Nun, der Pogo-Glitch. Das ist so logisch. Es ist dieser Mann, also dieser Pogo-Mann, erst einen Tag heraußen und schon gibt es einen Glitch. Und es geht sogar weiter. Wow. Geht es weiter? Ah ja. Auf jeden Fall, ich finde das total arg irgendwie. Wie können Leute sowas so schnell herausfinden? Okay. Kanon. Penis. Wow. Der alte Mann ist irgendwie ur- komisch. Weil, warum hat ein alter Mann? Es ist ja sozusagen ein Sandleer. Okay. Aber wieso hat so ein alter Mann eine liene Hose an? Warum kann sich denn nicht, also, normale Sachen klauen? Achso, das haben wir gerade gespielt. Warum? Äh, eine Bewertung. LOL. The Big Test Not. Spielen wir gleich. Fuuu. Fuuu. Wer von euch kennt überhaupt Fuuu? Also, das würde mich einmal interessieren. Weil, auf diversen Webseiten existieren solche Fuuu-Fotos und die finde ich sehr witzig, weil sie meistens Alltagspersonen darstellen. Und wir sind gerade krepiert. Und, ja. View, Replace, Record, View, Levels, by this. Flag is in, äh, nicht this week, this month. Newest this month. Heute ist der 15.04.2012. Die Epics World's Room. Ha. So. Und, jetzt habe ich noch eine Frage. Also, an meinem Computer liegt es nicht, warum dieses Spiel so lebt. Es liegt an, an dem Flash Player. Ich weiß nicht, wie man den Flash Player schneller macht. Kann mir bitte irgendwer dabei helfen, wie ich in Adobe Flash Player für Flash Games, also das hier ist der ein Flash Game, schneller machen kann? Und wir haben gerade einen alten Mann getötet. Und Weihnachtsmann! Pfff! Das gehört dir eh. Ähm, der Weihnachtsmann ist böse. Zumindest habe ich das von so einem Hardtair gesehen. Also, kennt ihr den GTA 4 Hardtair, den habe ich mal abonniert gehabt. Aber in letzter Zeit bringt er nicht mehr so gute, ähm, Videos heraus. Also, seine ersten Videos waren die besten auf jeden Fall. Falls du GTA 4 Hardtair das hier sehen solltest, dann bitte mach wieder coolere Videos als die von jetzt. Dann bekommst du auch wieder ein Abo von mir. Ja, also, ja. Ähm, also am Anfang habe ich den GTA 4 Hardtair sehr cool gefunden. Ich habe sogar fast alle seine Videos oben gehabt. Wie geil! Oh. Rate 5. Restart Level. Boah, er ist doch so schlau. Oh. 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 Jetzt ist der Kopf abgerissen. Oh. Oh. Ah. Deine alte Frau sitzt auf dem WC. Und der Pogostick ist kaputt. Wie viel kostet er überhaupt so ein Pogostick? Das wäre auch mal interessant. Weil, ähm, beim Toys R Us, Copyright übrigens, gibt es so einen Pogostick, den habe ich mal ausprobiert und ich bin gestürzt. Also, ich habe ihm nicht weh getan oder so, aber ich bin gestürzt. Go, son. Win for me. Der schaut genau gleich aus. Wie der Vater, so der Sohn. Ah ja, und ich habe ein cooles neues Level entdeckt. Nur, ähm, nur zur Info. Ähm, das werden wir auch gleich spielen. Das nennt sich, äh, Minigame Mania. Und, das ist ganz cool. Weil es ziemlich schwierig ist, wenn ich ehrlich bin. Zumindest für die Steuerung. Und, win, why me? Und, es ist ein bisschen anspruchsvoller und drum werden wir es auch dann spielen. Ah, langsam habe ich das mit dem Pogostick heraus. Wow. Er kann doch hüpfen. Mit einem Bein. Wie geht das? Alles genauso wie mit dem Segway-Guy. Oh, nein. Jetzt habe ich nur mal eine Hand. Und, zäh, 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 zäh. Er stirbt einfach ohne mich. Dieses Level ist aber gar nicht so schlecht. Wenn ich das zu meinen Favoriten hinzufügen könnte, würde ich es machen. Okay, any Segway. Search. Minigame Mania. Minigame Mania. Mania. So. Minigame Mania. Ähm, Minigame Mania. Ich glaube, das ist es. Nein, 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 nein. Nein, das ist es nicht. Äh. Ist egal. Minigame Mania. Kill Zombies. Oh, mein Gott. Oh. Fuh. Fuh. Fuh-Face. Das ist es nicht. Das ist irgend... Das ist mit dem... Ihr... Äh, mit dem... Dad. Also, mit dem... Segway-Guy. Segway-Guy. Well-Cheer-Guy. Segway-Guy. Okay, dann finde ich es derzeit nicht. Und ich habe ja schon seit Folge 2 versprochen, dass wir das Super Mario 64 beenden werden. Und das machen wir jetzt doch. Ja, ich habe dieses Level nicht geprobt oder so, nur weil ich das jetzt erwähne. Mir ist es gerade eingefallen, dass wir das wieder einmal spielen sollten. Ich hoffe, dass wir es noch finden werden. Das ist, glaube ich, eh die Person, die was das Wipeout auch gemacht hat. Sorry, der war so ein Problem. Okay, in der nächsten Aufnahme, das wird nun eine 9-Minuten-Aufnahme werden. Und ich muss nur kurz etwas erledigen. Die Internetverbindung ist gerade ausgefallen. Tut mir leid, also Verbindung mit dem konnte nicht hergestellt werden. Okay, in der nächsten Aufnahme, also die wird in 10 Minuten dann auch sein, werde ich dieses Problem beheben. Und wir werden das Super Mario 64 Spiel spielen und, ja, spielen und fertig spielen.